Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war gerade bei Rossmann und habe die neuesten, spannendsten und vielseitigsten Produkte eingekauft, die ich jemals in einem Haul hatte. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Freunde, bevor wir mit diesem Video starten, kleiner Disclaimer, weil ich weiß, dass die Frage aufkommen wird und ich es in zwei Wochen nicht mehr weiß, wenn dieses Video online kommt, was ich auf den Lippen trage. Ich trage einen braunen Kajal von Catrice als Lip Liner und die neuen Fenty Beauty Velvet Liquid Fenty Icon Liquid Lipsticks, was aber keine Liquid Lipsticks sind, in der Farbe WMVP. Und darüber den neuen Gloss von Catrice aus der Beautiful You Kollektion. Ich liebe diese Lippe. Nur mal so viel dazu. Aber zurück zum eigentlichen Thema des Videos. Ich habe sehr, sehr viele verschiedene Produkte gekauft. Und ich hatte euch vor einer Weile mal gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich euch auch mal andere Produkte zeige. Unter anderem Sachen, die ich hier für den Haushalt kaufe. Sachen, die ich für mich brauche. Einfach für meine persönliche Körperhygiene. Und deswegen dachte ich mir, packen wir das alles mal zusammen in ein Video. Und ihr seht, was ich alles kaufe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Produkte euch am besten gefallen. Und auch in diesem Video eine kleine Challenge. Vielleicht schaffen wir dieses Video auch auf 3000 Likes. Diesmal gab es ein paar Aktionen bei Rossmann. Ich war bei Rossmann. Und ich benutze immer diese App. Und da gibt es immer 10% und dann nochmal 25% auf dies. Also wirklich, es gibt immer Prozente bei Rossmann auf irgendwas. Und ich habe wirklich echt eine Menge gespart. Also ich glaube, 15 Euro habe ich knapp durch diese ganzen Coupons gespart. Und Freunde, für 15 Euro kann ich mir viele, viele tolle andere Sachen kaufen. Ich zeige euch jetzt aber, was es gab. Einmal durfte mit, und ihr werdet sehen, dass ich viele Produkte dieser Marke gekauft habe, Frosch. Das ist Waschmittel, Buntwaschpulver, Granatapfel. Ich habe tatsache noch kein Reinigungsmittel von Frosch benutzt. Aber für den Haushalt benutze ich ausschließlich Froschprodukte. Froschprodukte, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die am besten sind. Und, und das finde ich ganz spannend, da bin ich aber auch erst jetzt seit ein paar Monaten drauf gekommen, ist sie besser persönlich vertrage. Also meine Finger sind nach dem Putzen nicht so trocken, nicht so angegriffen. Meine Nase ist nicht so gereizt. Meine Augen sind nicht so gereizt. Ich habe neulich beispielsweise noch eine Flasche probiert aufzubrauchen von, Schlag mich, Action, Blue Wonder oder so. Furchtbar. Reinigt gut, aber dieser Duft, der liegt drei Wochen lang im Haus und es riecht einfach nur nach Chemiefabrik. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte so ein bisschen schonender bei den Dingen sein, die ich beeinflussen kann. Und das kann ich vor allen Dingen halt mit Reinigungsmitteln. Deswegen dachte ich, probieren wir das mal aus. Auch hier, ich kombiniere Tatsache immer so ein bisschen, beziehungsweise ich wechsle immer zwischen Pots, beziehungsweise Flüssigwaschmittel und Pulver, weil Pulver besser für die Waschmaschine ist als Flüssigwaschmittel. Das verklebt ganz oft und deswegen wechsle ich immer so ein bisschen. Und ich muss auch so ein bisschen schauen. Danny ist sehr allergisch gegen verschiedene Waschmittelprodukte, deswegen muss ich da immer so ein bisschen schauen. Aber Frosch ist eigentlich eine gute Sache und da bin ich sehr gespannt, wie es ist. Was definitiv mit Muster ist hier einmal diese Waschmittel-Pots. Es gibt die ja jetzt auch ohne diese Glibberschicht rum, sondern die sind dann so fest. Aber ganz ehrlich, das ist mir zu teuer. Ich sehe es nicht ein, 6 Euro für 12 Maschinen zu bezahlen. Das ist günstiger, wenn ich in den Waschsalon gehe. Deswegen habe ich mir einmal diese große 44 Wäschedinger mitgenommen. Ist auch teuer, aber ganz ehrlich, über Preise brauchen wir im Moment nicht reden. Was ich mir wieder nachgekauft habe, ist von Now Cosmetics den Liquid Hydrator. Ich hatte den jetzt zum vierten Mal nachgekauft und ich kann nicht mehr darauf verzichten. Ich würde mir wünschen, dass es den noch ein bisschen reichhaltiger gibt, weil meine Haut sehr, sehr beansprucht ist. Im Moment habe ich das Gefühl. Und ich mag den sehr gerne. Ich mag ihn auch lieber als den hier von Isana. Das ist für mich vom Effekt auf der Haut kein Vergleich. Was ich hiermit sehr, sehr gerne mache, ist, ich benutze es als Setting Spray. Funktioniert sehr, sehr gut. Probiert das mal aus. Übrigens, alle Produkte außer die Haushaltsprodukte sind Produkte, die es recht neu in der Drogerie gibt. Wenn euch bestimmte Produkte interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann teste ich sie für euch nochmal in einem separaten Video. Aber ich habe was ganz Spannendes gefunden. Und zwar von Altera. Das ist ja so ein Stand, da gehe ich regelmäßig einfach dran vorbei. Weil da ist nichts, was mich interessiert. Bin ich ehrlich mit euch. Aber ich habe mal ein bisschen genauer geschaut und da waren viele Produkte neu deklariert. Unter anderem das hier. Das ist ein getöntes Retinol-Effekt-Serum mit Bakuchol. Und du denkst dir, ah, okay, Retinol, ist ja ganz spannend. Aber anscheinend ist hier gar kein Retinol drin, sondern Bakuchol oder Bakuchol. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das Altera getönte Retinol-Effekt-Serum enthält eine spezielle Wirkformel mit Bakuchol, einer pflanzlichen Alternative zu Retinol. Erste Fältchen und Linien werden gemindert. Die Elastizität der Haut wird verbessert und mit dem Bio-Aloe Vera die Feuchtigkeit der Haut bewahrt. Die leichte Tönung sorgt für ein zusätzlich verfeinertes Hautbild. Finde ich ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin, drauf zu schreiben, Retinol-Effekt. Und dann ist da aber Bakuchol und nicht Retinol mit drin. Persönliche Meinung. Und vor allen Dingen, ich würde niemals Retinol tagsüber benutzen. Immer nur abends. Und da ist ja Farbe drin. Ich brauche ja keine Farbe, wenn ich ins Bett gehe. Wir probieren es jetzt mal kurz auf dem Handrücken aus. Kommt in einer Glaspipette. Riecht nicht unbedingt nach etwas. Es ist recht dunkel und es ist ein bisschen wässrig. Es riecht halt nach Naturkosmetik. Also das müssen wir mal ausprobieren. Die Deckkraft ist natürlich schwindend gering. Falls ihr euch damit auskennt. Also Retinol, klar, niemals tagsüber benutzen. Es sei denn, du bist am Nordpol und hast kein Tageslicht so um dich herum. Das müssen wir mal ausprobieren. Bin ich gespannt. Mildert erste Fältchen, spendet Feuchtigkeit. Könnte ich mir, wenn man Bakuchol auch tagsüber benutzen darf, als Grundlage vielleicht vorstellen. Es fühlt sich sehr spendend und feuchtigkeitsspendend und sehr, sehr weich auf der Haut dann, auch wenn man es abmacht. Bin ich gespannt. Habe ich gar keine Erfahrung mit. Das gab es neu. Es gibt ja immer diesen Trendtower bei Rossmann. Unter anderem ein Body Oil. Das ist aus der Dreamy Sky Limited Edition. Das probieren wir jetzt auch gleich mal aus. Kommt mit dem Sprühkopf. Der Brühkopf riecht gut. Riecht ein bisschen nach Zuckerwatte. Sehr, sehr, ist so ein trockenes Öl. Glaube ich, ist ganz gut auf den Beinen, was ich im Moment habe. Vielleicht habt ihr da einen Tipp. Ihr seid meine Freunde, ihr habt immer Ahnung. Ich habe, nicht unterm Arm, aber hier an der, wie heißt es, Seite, am Rippenbogen. Aber da, wo der Arm ist, ganz, 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 ganz trockene Haut. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe mein Duschgel schon umgestellt. Ich habe meine Body Lotion. Ich benutze jetzt regelmäßig Body Lotion, weil das sehr, sehr trocken ist. Vielleicht habt ihr Ahnung, woher das kommen kann. Vielleicht vom Waschmittel, wobei ich das aber vorher auch nicht hatte. Und vielleicht hilft das ja, an den Stellen einfach ein bisschen mehr Schutz drauf zu haben. Vielleicht ist es jetzt einfach auch nur die Heizungsluft. Ich weiß es nicht. Aber das fand ich ganz spannend. Genauso wie das hier. Das ist ein Trockenshampoo. Auch hier mit für Frische und Volumen. Innovative Formel für sekundenschnelle Auffrischung für alle Haartypen. Hat so ein bisschen Duft. Das Ding ist, normalerweise benutze ich kein Trockenshampoo, weil ich sehr viel Stylingprodukte benutzt habe. Aber seitdem ich meine Haare mehr oder weniger in den Griff bekommen habe, es gibt ab und zu nochmal so ein Aufflamm der Schuppenflechte. Und da mache ich dann gar nichts. Und dann will ich einfach nur so ein bisschen Trockenshampoo mit drin haben. Einfach fürs Gefühl, weil ich es selber nicht mag, wenn die Haare nicht frisch gewaschen sind. Vielleicht ist das eine gute Sache. Auch hier riechen wir mal dran. Riecht genauso. Und halt nach Trockenshampoo. Ein Produkt, was völlig viral gehen wird, ist etwas von V-Leda. Und ich habe selbst, glaube ich, die letzten 27 Jahre keine Produkte von V-Leda mehr benutzt. Das letzte V-Leda-Produkt, was mit meiner Haut in Kontakt war, war wahrscheinlich Calendula Babypupo-Creme. Nichts mehr benutzt. Aber ich habe gehört, dass dieses Produkt das Produkt der Stars und Sternchen ist, über das keiner spricht. Ich habe das bei Julia Fox gesehen und die meinte, dass das alle in Hollywood benutzen. Das ist die Skinfood-Reihe. Nährende Intensivpflege für Gesicht und Körper. Für sehr trockene und sehr raue Haut. Es gab tatsächlich auch einen Tester. Es gibt auch eine Light-Version davon. Und ich habe das noch nie erlebt. Das ist die fetteste Creme, die ich jemals gesehen habe. Die ist so dick und so konzentriert. Also wenn du die Charlie Tilbury Magic Cream nimmst und noch dicker machst. Das hier. Sie riecht halt auch hier ein bisschen nach Naturkosmetik. Ich weiß nicht, warum Naturkosmetik immer gleich riecht. Ich weiß es nicht. So ein bisschen nach Zitronengras und ein bisschen frisch. Ich glaube, dass das, wenn ihr sehr, sehr trockene Haut habt, etwas sein könnte. Es fühlt sich extrem reichhaltig an. Das erinnert mich so ein bisschen an Kaufmanns Kindercreme. Ich bin gespannt. Wenn die Hollywood Stars und Sternchen das benutzen, könnte das vielleicht ganz gut sein. Vielleicht habt ihr damit Erfahrung. Apropos Kaufmannshaut und Kindercreme. Stimmt. Ne, meine Mama hat nicht Valeda benutzt. Meine Mama hat Kaufmannskindercreme benutzt. Für alles. Und das ist so ein Produkt, das ist schon immer irgendwie in meinem Leben gewesen. Und es gibt jetzt neu Haut- und Kindercreme to go. Das kommt in so einem kleinen Ding. Kann man auf die Lippen geben. Ich benutze die Tatsache sehr, sehr gerne für meine Finger. Auch das. Oh mein Gott. Ich expose hier alles. Meine ganzen Macken hier die letzten 27 Jahre. Ähm, ich knisper. Also ich knabber nicht, aber ich puhle. Und ich bin echt gut im Moment dabei. Ich pflege meine Nagelhaut gerade wie, wie ein, wie als Weltbesessen damit. Ich knipse jedes kleine trockene Häutchen ab, damit ich es nicht kaputt mache. Und Öle und Creme und Öle und Creme. Aber unterwegs habe ich kein Nagelöl mit dabei. Und sitze da nicht da so und pinsel mir die Nägel voll. Deswegen könnte das vielleicht eine gute Sache sein. Genauso wie vielleicht für die Lippen. Ich habe es mal mitgenommen. Ich liebe eure Kaufmannsaut und Creme und dieser Duft. Das ist so wie Penaten und Nivea Creme, glaube ich. Apropos Putzmittel. Frosch hat 25% im Angebot gehabt. Plus 10%. Und da musste ich zuschlagen. Weil ich, wie gesagt, halt nur die Froschreinigungsprodukte benutze. Da weiß ich, das habe ich noch nie probiert. Scheuermilch. Zwei Probleme. Problem Nummer eins. Dem Herrn, den das Haus vor uns gehört hat, hat eine weiße Spüle eingebaut. Und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, in der Küche eine weiße Steinspüle einzubauen. Kriege ich nicht in meinen Kopf. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, außer dieses Spüle putzen. Aber dadurch, dass sie halt weiß ist, wird sie halt nicht immer so sauber. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich mal Zitronenscheuermilch mit. Mit natürlichen Polierkörnern aus Marmormehl. Marmormehl. Fettlösend mit Zitronenfrische. Habe ich noch nie ausprobiert. Gebe ich euch ein Haushaltsupdate mal, wenn ihr darauf Lust habt. Genauso wie den Soda-Allzweckreiniger, den Himbeeressig und mein Favorit für alles, den Fett... Oh nein, ist das kaputt? Ich glaube, das hier ist kaputt. Den Fettentferner Grapefruit liebe ich sehr. Ach so, wollte ich euch noch erzählen. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich habe die komplette Küche zerstört, neulich, mit Chlorophyll-Tropfen. Sind mir runtergefallen und alles ist grün. Wirklich. Alles. Auch an mir war alles grün. Ich weiß nicht wie, aber es war alles grün. Viele, viele, viele Tage lang. Und die Küche ist teilweise immer noch grün. Es durfte noch was vom Trendtower mit. Und zwar gibt es jetzt die Ceramide-Reihe. Eine Tuchmaske mit Hyaluron und Shear-Butter für sofort glattere Haut. Was ich ganz gerne mache ist, ich liebe Masken. Ich liebe wirklich Masken. Aber für unterwegs sind die gut. Also ich nehme meistens Masken in Tiegeln. Ich finde, das ist ein bisschen nachhaltiger. Aber für unterwegs schleppe ich halt nicht so ein Glas-Tiegel mit. Und da ich in den nächsten Wochen für unterwegs sein werde, habe ich die einmal mitgenommen. Die soll die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgen und mit zum Haut-Mikrobiom sein. Das ist mir aufgefallen, dass meine Haut sehr, dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel gerade mache und die letzten Strahlen der Sonne probiere auszunutzen, äh, nicht, also dass keine Sonnenstrahlen da sind, das auszunutzen und meine Haut mit Retinol und allem Möglichen zu bearbeiten, ähm, ist meine Hautbarriere natürlich auch sehr beansprucht. Und da muss ich ein bisschen schauen, dass ich das Mikrobiom wieder so ein bisschen auf Vordermann kriege. Dann durfte mit das Ceramide Verwöhn-Serum. Auch das sieht ganz spannend aus. Ich muss sagen, die Isana-Produkte sind sehr, sehr gut. Die, die machen wirklich Freude. Und ein Handfluid. Das probieren wir jetzt live mit aus, mit Ceramiden und Squalane für weiche Haut. Kommt in den Pumpspender. Riecht erstmal nach nichts. Mag ich, glaube ich, nicht. Die macht so Schlieren erstmal. Ja, okay, kann man mal testen. Gebe ich euch ein Update beim Aufgebraucht mal. Okay, was noch mit durfte, ist von Got2b. Auch das ist, glaube ich, neu. Das kam mir aber so bekannt vor. Der Schutzengel. Hitzeschutzbray. Vielleicht haben sie auch einfach nur die Verpackung geändert. Ich schwöre auf mein Dyson Airwrap. Ich schwöre drauf, aber auch der macht Hitze. Und gefühlt alles, was mehr als 90 Grad ist, ist schlecht für die Haare. Und der Dyson geht auch auf 160 Grad. Und ich habe das Gefühl, dass meine Haare teilweise abbrechen durch den Dyson. Und deswegen wollte ich mal so ein Hitzeschutzspray probieren. Und soll bis zu 230 Grad funktionieren. Keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Hitzeschutzspray benutzt. Vielleicht habt ihr damit Erfahrung. Das ist kaputt hier. Du kleines Miststück. Riecht aber gut. Also, das hier ist kaputt. Wir haben noch eine Handcreme. Und zwar ist es die Secret Berry Suncreme. Eine Limited Edition von Isana. Auch sehr schön optisch, zumindest designt, mit Macadamia, Nussöl, fruchtigen Duft nach Beeren und zart duftenden Blüten. Auch das probieren wir jetzt einmal aus. Mag ich von der Textur her schon lieber. Ist ein bisschen dicker. Riecht sehr... Ich weiß nicht, ob es die Creme jetzt ist oder die Kombination mit allem anderen. Aber es riecht nicht gut. Es riecht so ein bisschen nach Fisch. Es sind aber auch ganz viele verschiedene Sachen da. Und es gab noch was anderes von Kneipp. Ein Lippenpflegeprodukt mit Depot-Effekt. Ein nachhaltiges Packmittel. Wasser, Minze und Aloe Vera. Hydropflege. Packaging fand ich sehr ansprechend. Sieht halt alles sehr natürlich aus. Was so eine Verpackung ausmacht, dieses etwas härtere Kraftpapier aussieht, hat natürlich gleich einen ganz spannenden Effekt. Ist für unterwegs, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Meine Lippen sind halt im Moment sehr, 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 sehr trocken. Am Ende des Tages ist es aber ein klassischer Labello, würde ich sagen. Aber das Packaging gefällt mir gut. Und zu guter Letzt durfte noch das hier mit Per Woll Renew für dunkle Farben. Eine Sache, die ich gelernt habe und ich nie verstanden habe, wenn meine Mutter oder meine Oma mir das damals beibringen wollte. Also, wenn man auszieht von zu Hause aus, dann ist man ja erst mal finanziell nicht ganz so gut beisammen und vor allen Dingen auch ein bisschen faul, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe nie meine Wäsche getrennt. Aber jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, jemand hat es ganz süß geschrieben, du bist einfach erwachsen geworden. Ich probiere mich erwachsener zu kleiden. Ich probiere mehr auf mein Umfeld zu achten und auch auf mein Erscheinungsbild. Aber nicht halt, weiß ich nicht, jede Woche eine neue Dior-Handtasche oder ein neues Louis-Shirt oder so habe ich auch alles irgendwann mal gekauft. Gar kein Problem. Aber die Sachen, die ich habe, will ich pflegen und will ich lange halt behaben. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich so ein bisschen die Wäsche zu trennen. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Ich bin super gespannt, welche Produkte euch diesen Monat neu begegnet sind. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne, ob ihr Erfahrungen mit einzelnen Produkten hier schon habt. Dann werde ich das Ganze für euch einmal testen. Ich danke euch, dass ich heute euren Abend oder euren Tag begleiten durfte und hoffe, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!